Jetzt bräuchten wir noch die Inseln oder wollen wir erstmal abgeben hier? Wir können langsam mal abgeben, weil es sind schon einige. Wir wollen wieder zum Sanctuary aus dem Posten fahren. Andererseits, ey, wenn eine Insel direkt in der Nähe ist, würde ich vielleicht die noch mitnehmen. Na dann gucken wir mal, ob da eine Find ist, oder? Na okay, dann schauen wir mal. Ich guck mal die andere an hier, die so nackt ist, fast nur Sand. Ich hab gern noch so ein Piratenschiff versenkt. Also die Lonely Isle ist direkt hinterm Außenposten. So, wie sieht die andere Insel jetzt aus? Ich glaub das ist die Lone Cove. Warum hat sie jetzt wieder ähm...Pilette? Hat das was zu bedeuten? Ja, ist die Lone Cove. Also ich hab die Inseln mit markiert. Die sind eigentlich gleich in der Nähe vom Außenposten, falls wir da hin wollen. Dann holen wir die halt. Ja. Wir müssen jetzt nach Südosten. Drei Schätze insgesamt. Vorwärts, Marsch. Das sah grad aus, wenn du eine Sonnenpulle aufhättest. Ja, hab ich auch. Eine Sonnenaugenklappe. Eine Sonnenaugenklappe. Eine Sonnenaugenklappe. Bestimmt, ich hab eine Augenklappe, gell? Wisst du. Ja. So, ich geh wieder aufm Ausguck. Hier ist so lange Schokolade. Sehr gut. Und Kevin lenkt das Ding an. Okay. Mit Ost, sagtest du, ne? Ja. Ey Jungs, direkt hinter uns. In der Insel. Ehe. Jetzt sind wir richtig drin. Ja wenn hat geschwitzt, find ich gut. Weiß. Ist grad so leise, macht da noch Musik? Dim, 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 die, den. Kann ich hier noch mit reinschneiden. Wir fahren halt direkt gegen den Wind, ne? Das merkt man. Komm, komm, vom Fleck. Jawoll! Jawoll! Komm runter, hol dir Kugel. Ja, die Frage ist... ...kommt, egal was da kommt. Ja. Ja, alles klar. Matrosen! Was schießen wir denn? Das ist alles, was so schlecht ist. Ich bin besoffen. Ja, ich da auch. Was? Das ist alles so drüben. Habt ihr Anker runtergelassen? Gehen wir ja ran. Was, du zu... Ja, es könnte knapp werden mit der Insel. Ja, es könnte knapp. das segel hoch lassen schnell oder anker ich glaub die sind im schluss ja wir auch ich hör auf die zu beschießen weil die sind feierabend so kevin anker ziehen und hoch ich helfe rosi beim wasser schippen ja müsste schnell gehen ich bin der der wasser schöpft aber ok ich repariere gerade löcher ja ich hab's halt voll versenkt weil das klingt ja nichts wenn wir beide reparieren während das schiff uns beschießt wir haben noch ein wir haben noch ein ein löschlein ist noch drin das mach ich noch zu hier sind schätze zwei stück aber nur ja egal mitnehmen ja klar aber das kommt so ein bisschen mauer das war schon heftig das schiff war das mittlere keine galleone glück die hapune gut kiste mit feinem zucker zucker gibt fast kein geld finde ich voll blöd eigentlich komisch ne war früher mit handelswaren sei denn zucker da wärst du reich gewesen wenn du eine kiste verkauft hättest war teuer richtig richtig teuer oder aus der seltene erze und gestein das war richtig viel wert äh truhe der skelett kapitäns haben wir bekommen waren ja auch die schätze von dem schiff oder kam da noch mehr hoch keine ahnung ich war unten aber ich guck grad hier haben wir es ungefähr versenkt ich geh wieder hoch und ausguck ist bossed haben wir gut gemacht wir haben halt kaum noch kanonkugeln gell wir haben grad richtig verballert schiff bewegt sich wieder ja wenn hast du bock mit mir die ganzen kanonkugeln hier mal leer zu machen hoch zu bringen ja können wir machen während rossi da steuert kann man ein bisschen das alles in die truhe da reinladen oben vor allem während rossi steuert der ist oben auf dem ja einer sollte steuern die kiste voll oder was ja jetzt bin ich ich krieg mein millzeug nicht rein ich glaub die ist voll wo wohin müssen wir doch sollte ich ja ernst warte mal also geht nix mehr brauche ich nix mehr holen oder wo ist sick ja ja kragen nein musik es ist kein schwarzes wasser ist irgendwas anderes ist es ich weiß es nicht wenn du warte 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 k u warte 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 was haben wir grad getriggert aber taucht nicht auf Sind wir jetzt richtig, immer noch? Vom Kurs her. Anderen sollten auch da rein? Ja, sind wir jetzt die Insel vor uns? Nö, alles rein, was wir finden. Aber die Insel vor uns ist ein Außenposten. Also willst du erstmal alles wegbringen? Achso, ich hab auf die Karte geguckt, die... So, dann die Insel dahin dort. Okay. Ich würde erstmal abgeben, wenn wir jetzt ständig irgendwelche gruselige Musik haben. Lass es abgeben. Links von uns ist auch eine Schnittertruhe, aber die würde ich vielleicht nicht... Was ist das? Musik? Macht mich krank. Jetzt wird sie wieder normal, die Musik. Ja. Wir haben irgendwas getriggert, was aber nicht ausgelöst wurde, weil... warum auch immer. Oder wir waren zu schnell weg. Ja, das kann auch sein. So, gerade am Rand getriggert und dann waren wir wieder raus aus der Range. So, Jungs. Wir sind ziemlich langsam unterwegs, ne? Ja. Ja, ich mach grad die Kiste. Ja, drei Mann. Boah, grad beim Trinken voll verschluckt. Na, das sind ja die Piraten. Verschlucken sich beim Saufen. Der Sanctuary aus dem Posten. Wo ist denn da? Da ist ganze Verkaufsgelubbe? Reicht das, wenn ich hier gerade ausfahre, oder? Danke, ich freu's mit. Ja, da ist ein Steg. Der Mast könnte auch mal repariert werden. Vielleicht sind wir deswegen so langsam. Das kann sein. Geh mal ins Steuer und reparier mal schnell. Check. Hier. Was macht denn sowas? Ja. Kanonenkugeln sind jetzt alle leer. Nur noch's Holz muss in die Kiste. Hoppala. Biste. Willst du hier an den Steg ran, Rosi, oder einmal rum? Warte, ich mach mal rum. Nee, hier. Guck mal da, im Wasser schwimmen auch ein paar Kisten, ne? Ich würd grad sagen, hier schwimmt irgendwas vor uns. Lass uns doch mal das erst wegbringen, was am Wasser ist. Ja, das sind nur Fässer. Aber da läuft nur nix drin, ja? Doch, da ist gleich gemütlich gemessen. Aber was ist hier am Strand? Kann Krabbe einfach Messer nicht platzieren. Ach, das ist ne... Der leere Truhe. Ja, bring mit. Hier war schon jemand da. Der leere Truhe? Ja, da kannst du die ganzen Skelettköpfe reinmachen. Da musst du nur einmal laufen, statt dreimal. Ach so. Ja, du hast recht. Wenn wir mal abgegeben haben, kann ich das Video erstmal beenden. Ich feier Kevin. Da steht alles zwei Minuten, zehn Minuten AFK rum. Verwarnt er. So schlimm ist das gar nicht. Er macht einen Step, so, ja komm. Hol kurz das Hegel ein, dann steht erstmal wieder zehn Minuten AFK rum. Das ist der Wahnsinn. Ich hab jetzt die Kisten hergemacht und derzeit hast du gefühlt nicht gemacht. Aber, so sind sie. Ich bin ein wichtiges Teil, äh, ein wichtiger Teil der Crew. Mein wichtiges Teil, ja. Ich merk's. Ja, mein Teil ist wichtig. Okay. Merkt euch das. Das ist Mobbing, was wir hier machen. So, was ist das für ein Schatz? Nee, das war ein. Oh fuck. Nein, du bringst halt auch ne Truhe. Verweist die Jogte. Ja. Du hast ja schon wenigstens keine an Bord gebracht, also darfst du wenig von Bord nehmen. Kommen die alle in das Boot rein? Oder direkt runter? Ja, ich kann sie alle ins kleine Boot setzen. Komm. Da hattest du wieder eine brillante Idee, ne? Danke gerne, bitte. Ja, ja. Ja. So. Ja, das ist ein Knalleil. Ey, wieso ist hier eigentlich alles so düster? Kann ich überhaupt... Kann man das nicht heller stellen, ja? Ich seh hier nix. Dann hätt ich keine Grafikanschauung. Warte mal, Einstellungen. Wohin denn noch ne Laterne? Ist hier nicht noch ne Laterne in dem Beiboot mit dran, meistens? Laterne haben wir kaputt gemacht. So, jetzt guckt er wieder 10 Minuten. Ja, eben. Da oben steht wir als Himmel in der Gegend. Nein! Ja, jetzt seid aber auch nerviger, ne? Jetzt, jetzt sind wir nervig. Ey, was war das jetzt? Da hat... Ja, jemand hat die Kissen nicht gelernt. Ist doch gar nix mehr. Oder ist... Ah, hier, warte mal. Welcher Depp hat denn eigentlich die eine Truje oben auf den... Auf den Reeling gestellt? Ja, das war wohl Kevin. Ich hab mir gedacht, das ist ein Mobbing vom Feinsten, sag ich. Aber die Wahrheit. Mag sein, ja. Jetzt hat er mir die Kiste vor der Nase weggeschnappt. Ja, wenn sie voll ist. Ja, wenn sie voll ist. Geht nur, wenn sie voll ist. Aber jetzt kann man das Boot nicht mehr steuern, ne? Wenn einer von euch da Munition rausgenommen hat, war's das. Dann ist er wertlos. So, viel Spaß. Jetzt kann keiner das Boot steuern, weil man das alles dahin gelegt hat, wo... Na warte mal. Du sollst halt erst mal los machen. Nein! So, guck mal. So, hast du? Ja. Ja, weil ich die Truhen da weggelegt hab? Ja, genau! Ja, ich bin da... Machst du nur wieder 10 Minuten AFK. Sorry. Jetzt ist schon ein bisschen Mobbing. War das, ähm... Warum fahrt ihr eigentlich in die richtige Richtung? Fahr doch in die richtige Richtung. Ist halt nicht schwer... Max, wir fahren auch so... Ach, Max, Alter, meine Güte, ihr macht mich völlig curryer. Ja, ist echt so, wir sind so hart besoffen. Ey, der schießt da. Wir haben Kanonen... Wir haben einen Sprengfässer an Bord, du Eumel. Oh. Wenn ich's jetzt mal gleich sagen soll, ne? Nein, Mann, Schatz. Du musst beide Tasten gleichzeitig drücken, ne? Aber ich weiß mal nicht. Ich drück die einzeln. Aber warum? Weil not. Ich weiß, warum. Ja, okay. Hasse ihn. Ist da ein Sprengfass im Wasser? Nein! Gib's doch ab! Wo denn? Hier ist keiner... Mit was für Penraden gebe ich mich denn hier ab? Im Wasser. Wo ist denn dein Sprengfass? Wo denn? Kevin? Ja? Lass uns beide auf Kagehen. Das kann ich gut. Ja, ihr hattest zugegeben. Also, deine Katze ist übrigens eher an Bord... Die hat auch keine 20 Schätze an Bord. Wir laufen auf! Zum Weicher, ja. Ich muss schon sagen, das ist ein paar der Ruderskills hier, ne? Jetzt halt die Schnauze! Ich geh ab da! So, dann bringen wir mal hier ein paar Sachen. So! Ich weiß ja gar nicht, wo das alles hinkommt hier. Ich würde erst mal vom Boot runter. Mann, 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 Mann. Echt, mit euch macht mal was mit! Der Astmanfall, ey. Wann schiebst du es denn jetzt hier wieder zurück? Das ist, wenn es an Land ist. Das ist, was ich dir vorhin gesagt habe. Wenn es festsitzt, geht es automatisch wieder zurück. Ich... Du... Suchst du auch den... Ne, ich suche die, tu sie. Wow, da ist ein Ding drin. So ernst? Das war halt die letzte wahrscheinlich. Nimm sie gleich wieder mit. Macht er natürlich nicht. Ne. Hey, natürlich. Wenn wir jetzt weitersegeln, kannst du die immer gebrauchen. Du kannst die Truhe hier nicht mit... Nein, wir gehen. Wenn man einmal was tut... Dann mach's falsch. Wie sieht man hier nicht raus aus dem Boot? Schön, wie er sich immer freut, der... Jetzt hockt er wieder 10 Minuten auf dem Ruderboot. Ich versuch da hier die... Ah, ich liebe es. Habe ich recht, hab? Ich weiß da gar nicht mehr, wo der ganze Krami hinkommt. Vergiss man das in 10 Minuten. Was? Verkaufe die... Guck mal her. Was ist so verrückt. Ja siehste, du kannst das doch. Du wirst nur wollen, Kevin. Und mein Nicht-AfK sein. Was ist lustig ist? Ich hatte das Spiel vor euch allen, ne? Ja, das freut mich. Das ist auch korrekt. Das ist auch korrekt. Ich hol jetzt schon mal die Kisten hier hin. Und die können sie ja dann verkaufen. Wo sind die Handelstande da hinten? Kevin? Ja? Ja? Lass die leere Kisten bitte da stehen. Woran erkenne ich denn, ob die leer sind oder nicht? Indem du sie aufmachst und nichts drin ist. Ja gut. Ja gut. Ist die ja leer oder was? Warte mal. Guck mal, die ist ja leer. Die ist ja nur 388. Ich stehe wieder mitnehmen, ne? Die leer war. Ja, deswegen stand sie am Ruderboot. Stand überhaupt nicht am Ruderboot? Am Ruderboot. Gut. Die sind ja so schön nebeneinander gestellt auch, ne? Ja eben. Damit auch Linder mit Krügstock erkennt. Die sind leer. Ich hab hier ne Kisten mit Zucker. Wo kommt das hin? Weiß das nicht? Zum Händler. Zum Händler. Bei der Händlerin. Die ist auf dem Steg. Welchem Steg? Rechts. Ja ja. Da ist Kevin hier drin. Er ist ausnahmsweise mal richtig. Wir haben es geschafft. Hast du in die Crew? Wer hat denn den Skelett? Ihr müsst die schon verkaufen? Die Skelette nicht nur vor die Tante hingelegen. Ja. Ja, wollte ich nur sagen. Also jemand hat das Skelett einfach nur vor die Tante hingelegt. Man hat viel zu wenig Möglichkeiten irgendwie das Geld auszugeben, ne? Ja. Ja, ich find das auch blöd. Oh, da hinkbar ein Mensch schnickschnackler. Ja. Wird kein Mensch wie das Kackschiff aussehen. Ich hätte es gefreut, wenn es irgendwie so einen Skillbomb gäbe, wo man investieren kann, dass die Schüsse an NPCs wenigstens mehr Schaden machen und so. Oder man mehr Munition tragen kann, sowas. Ne, das habt ihr noch. Guck mal. Das wär cool. Boah, sag ich halt. Ja, danke. Tschüss. Also nehmen wir die leeren wieder mit, oder was? Ja. Ich muss mal kurz jeden Händler abklappern, ob da nicht noch irgendwo eine leere Kiste steht. Oder Totenkopf. Jetzt mal gucken, was Kanonenkugeln bringen. Rosi, deswegen benutze ich sie nie. Find das viel Geld. Ah, ich hab's wieder hingestellt. Sorry. So jetzt. Na ja, gut. Tausend. Lohnt sich aber schon. Das waren jetzt auch Munitionskiste mit den Dingern. Drei Stück. Na gut, lohnt sich eigentlich gar nicht. Ich hab Level Up, hab ich ein Level gemacht. Jetzt hab ich 260.000. Ich bin bei, oh, jetzt hab ich gar nicht geguckt, warte mal. Kevin hat 5. Kann man doch hier gucken, oder? 86.000. Was, was hab ich 5? Was reicht doch noch. Geld. Ne, hab ich's nicht. Kann man das nachgucken. So. Gute Frage. Äh, Tab-Taste drüge. So, ich habe diese Totenkopf-Währung. 122. Da hab ich 680. Dann, was ist da diese blaue da? Ist auch ingame, aber für den Schwarzmarkt-Shop, da hab ich 380. 640. Boah, krass. Und bei den anderen 274.338. Oh, das ist 10.000 mehr wie ich. Ja. Das blaue, hab ich 480. Weißt du, wovon er kommt? Der hart arbeitet, hat auch mehr Gemäld, ne? So. Was hat er mehr? Mehr Gemäld? Mehr, mehr Geld. So. Du meinst, du meinst, wer hart umsteht? Wer hart umsteht? Wer hart umsteht? Wer hart umsteht? Sag mal, es gibt ja auch immer einen, der die Verantwortung tragen muss. Ja eben, und das bist nicht du. Kein Quatsch. Es kann nicht nur, äh, Häuflinge geben. Sondern es muss auch, ne? Ich hau dir gleich eine rein, ey. Ich wollte die oben hinsetzen. Wo hast du doch grad ertränkt? Ne, ich hab sie da, wolltest du da oben hinsetzen? Ja. Setz die ab und wird sich nicht weg. Wollen und tun ist immer zweierlei, Rosi. Vielleicht ist sie bei Kevin aufs Boot gefallen. Ja, wenn du sie wieder findest, sagst du bescheid. Vielleicht krallt sie grad unten am Bug. So, das Wasser kommt nochmal näher. Ich hab sie, du Arsch, du hast sie versenkt. Ja. Ja, wirklich. Sie war tot. Scheiß. Sie hat sich unten am Bug festgekrallt. Schön. So. Dann würde ich sagen. Wollen wir mal Max? Weil wenn Max da wär, könnten wir auch mal so ne Flagge holen. Dann gibt's doppeltes Geld. Aber vorher will ich mal die Zuschauer verabschieden. Das ist auch wichtig. Für die nächsten Folgen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hey, was sehens? Wenn wir auf der Flanke stehen. Das ist das Bild bei euch auch. Bis dann. Tschüss. Ich bin hauptberuflich. Pirat in geheimer Mission. Normal. Und meine Crew und dich graben voll die Schätze aus. Und keiner weiß, wo wir wohnen. Wir sind der Schrecken der sieben Weltmeere. Bald hat jeder hier vor uns Angst. Also mach dir schon mal ne weiße Flagge klar. Denn Piraten geben keinen Weg. Ey, ich hab nen Säbel dabei. Mit dem ich meine Zähne von Greten befreie. Hygiene, du weißt. SRM bringt sogar deine Totoku zum Zettkopf. Mach die Hose zu und schick mal die Kanonenkugel rüber. Dein Boot liegt ins Krümmer. Will dich abschießen werden. Ich hab keine Ehre, aber lass viele Schrecken. Black, Black, Blackbeard, Hoodwatcher. Was willst du tun? Wir sind Piraten und Piraten sind cool. Habst du schon einmal gesehen, ein Pirat in dein Dorf? Kannst du auch nicht, weil du weißt, Pirat geht nicht von Bord. Wir sind Piraten. Hey, Piraten. Hey, Piraten mit nem Schiff. Hey, Piraten mit ner Hakenhand und Narben im Gesicht. Hey, Piraten sind voll böse. Und Piraten trinken hoch. Hey, Piraten wollen feiern und sie schießen mit Kanon. Hey. Bumm, 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 bumm. Ey, der Anker gelichtet, die Segel gesetzt. Die Augenklappe steht mir nur, ich seh bisschen schlecht. Ey, die Zähne geflasht, gibt ne Stroh rum, ich sauf. So viel, ich hab ne Fahne mit nem toten Kopf drauf. Ey, Verbote sind out, wir machen was wir wollen. Die Bäuche voller Humm und die Taschen voller Gold. Da sind Seemannflieder nicht so'n Landrattenkram. Wenn ich mit sink, wird über die Planke gejagt. Wir raten, haben niemals Angst, wir schwimmen mit den Haien. Deswegen fehlt fast jedem von uns mindestens sein Bein. Ein echter Seemann kennt kein Schmerz. Wer will denn da gleich weinen? Zu unseren liebsten Hobbys zählen, Kneipen, Schlägerei. Und dann mal wieder kurz nach der Sennung in die nhau. Denise muss auf der Sennung in die an der Sennung. Wenn wir noch mal da, ist, dass Doth anwärter Deich von der Sennung. Das ist ein, der Sennung in die Norge. Weil du das nicht überleicht, in der Sennung.